Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu ECO! So, ich würde sagen, weiter geht's. Wir haben ein Haus zu bauen und in der letzten Folge sagte ich ja, lasst uns mal hier weitermachen, damit wir wenigstens den ersten Raum schon fertig kriegen. Hier haben wir noch die letzte Wand reingebaut und jetzt müssen wir eigentlich nur noch eine Holzwand hier, ach so, warte mal, das Holzdach reinbauen. Aber ich wollte ja noch eben hier die Ecken vielleicht reinnehmen. Ich verbaue mal ganz schnell diese Dinger hier. Da müssen wir drei hoch, ja, ne? Drei hoch, Fenster, noch ein Fenster und noch einen drüber. Also noch einen rauf, genau. So, dann lassen wir das mal so. Ist das jetzt einen zu hoch? Oh Gott, ich habe, hä? Ist das jetzt gleich hoch? Ich bin echt, äh... Ja. Okay. Ich hole mal fix Holz. Und dann machen wir das Dach eben fertig, wenn wir genug Holz haben. Massivholz, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was anstupsen. Wir müssen noch ein bisschen Massivholz machen. Moment, das reicht ja vorne und hinten nicht. Ich wünschte, wäre so ein Max-Button, also so ein Doppelfeil. Dann könnten wir direkt sagen, hier, ich will jetzt das Maximum, was du geben kannst, mit deinen vorhandenen Ressourcen machen. Aber nun gut. Vielleicht kommt das noch. So. Let's go. Wir machen ein Dach. Hier zum Beispiel. Habe ich die Dreier schon mehr nicht ausgewählt? Nee, habe ich nicht. Ah, okay. So. Dach. Aber hier ist irgendwie... Hier geht das nicht richtig ran, ne? Das finde ich jetzt nicht so gut. Wird das denn überhaupt erkannt? Oder müssen wir... Geht das überhaupt? Moment, ich gehe mal hier rüber. So, ist da jetzt ne... Ja, das ist ne Lücke. Das ist natürlich kacke. Oh no! Dann habe ich jetzt nur noch eine Idee, wie wir das machen können. Und das wäre folgende. Wir machen hier draußen... Hier oben ein Quader rein. Eine andere Option sehe ich da jetzt nicht. Lass mal gucken, wie das aussehen würde, wenn ich das so mache. Also wenn wir hier oben so einen Block reinsetzen. Gucken. Dann schließt es ab. Das ist auf jeden Fall so. Das ist gut. Ja Leute, dann müssen wir es so machen, ne? Geht nicht anders. Geht einfach nicht anders. Mensch. Naja, gut. Aber dann wissen wir das zumindest fürs nächste Mal. Falls das nochmal passieren sollte. Wie sieht es eigentlich hier im Flur aus? Da müssen wir ja dann auch so bauen, ne? Hier, das brauchen wir nicht. Aber auch hier müssen wir Quadrate setzen. Oha. Mal gucken. Und da. Ne, ist das überhaupt notwendig? Moment. Eigentlich kommt doch hier ein normales Dach drauf. Eigentlich brauchen wir das da gar nicht, ne? Hier. Hier können wir eigentlich ein normales Dach drauf machen. Und das hier betrifft ja nur die äußere Wand. Obwohl. Ey, wir werden es sehen. Wir machen jetzt erstmal den ersten Raum fertig. Und dann gucken wir. So. Müssen wir doch so machen, ne? Ah, Mist. Okay, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen hier hinten einen höher gehen. Aber. Aber da kommt ja denn das Dach komplett drauf. Oh, hier ist jetzt abgeschlossen. Und hier weiß ich noch nicht, wie wir es machen werden. Hier machen wir doch jetzt wieder Winde, oder? Äh, ja, ähm, mal gucken. Hier müssen wir ja einmal rumgehen. So. Weil dann da oben drauf das Dach kommt. Und hier kommt ein Klotz drauf. So, wie sieht das aus? Völlig bescheuert. Aber was machen wir denn da? Aber da haben wir ja trotzdem eine Lücke. Müssen wir denn nicht hier? Warte mal. Vielleicht müssen wir denn hier? Ah, okay, ich sehe. Aber, jetzt haben wir trotzdem da wieder eine Lücke, oder? Ja, guck mal hier. Das ist nicht gut. Nee, das will ich nicht. Ja, ich glaube, da müssen wir uns später in den Kopf machen, wie wir das hier hinkriegen, dass das nachher ordentlich aussieht. Da fällt uns bestimmt noch irgendwas ein. Naja, auf jeden Fall setze ich jetzt hier noch ein paar Wände hin. Oder auch nicht. Und hole Holz. Damit wir das Dach hier vollenden können. Massiv Holz. So. Äh, was denn das? Wie sieht das denn aus? Hä? Äh, ich glaube, wir müssen noch mal aufs Dach hoch. Wir müssen noch mal aufs Dach hoch, weil das hier... Oh Gott, oh Gott, warte mal. Hey! Vielleicht können wir da so eine Art Schornstein hochbauen, oder so. Gucken, wie wir das von oben dann irgendwie hinkriegen. Mal schauen. So, Speicher 15, Massiv Holz. Schön den Wagen immer mitten im Weg. Sehr gut. Oh mein Gott. Room unclaimed volume, bla bla bla. so, wir haben einen Raum. Hier fehlt eine Ecke. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen werden. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir das einfach von oben dann mal sehen. So, jetzt haben wir hier... hier... nur den stutzen und oben... Ja, okay. Gut, wir bauen jetzt ein Bett. Und ich glaube, wenn wir ein Bett hier reinräumen, das ist jetzt nämlich die Frage, müsste es theoretisch... müsste dieser Raum ein Schlafzimmer werden und uns zusätzlich Punkte geben? So, das ist jetzt die Frage. Da brauchen wir aber Schreinerei... Oh nee, come on. Oh Gott. Muss ich jetzt ernsthaft erst Schreinerei lernen, um hier so ein Bett zu bauen? Oh, come on. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott, ja, ehrlich? Haben wir noch ein anderes... Haben wir noch was anderes? Sag mal hier. Fireplace. Den können wir schon mal bauen. Das wäre bestimmt richtig hübsch. Ziegelbank. La la la. Stuhltisch. Ich muss ernsthaft Schreinerei lernen. Um ein Bett zu bauen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, aber ich will doch das hier erst haben. Oh no. Mist, Mist, Mist. Kriegen wir eigentlich Skillpunkte, wenn ich hier Sachen baue? Oh ja, ne? Das ist furchtbar. Das heißt, wir müssen erst Schreinerei lernen. Ich brauche hier noch ein paar Fenster, ne? Hier zum Beispiel. Hier sollten wir vielleicht nochmal ein Fenster reinbauen. Ich packe mal die Dinger kurz hier rein. Oder hier rein. Dann nehme ich hier nochmal ein Fenster raus. So kleines. Kleines Fenster. Und hier. Hier nicht. Warte. Und dann hier ist zu. Ah Mist, jetzt können wir kein Bett bauen. Was soll das? Das ist ja creepy. Okay, warte. Hier machen wir Wand. So, dann können wir hier ein großes Fenster machen. Eins, zwei. Ich glaube, hier mache ich wirklich ein ganz großes Fenster. Das gibt mir mal die Holzdinger. Das wäre, glaube ich, gut. Oder hier kommt einer rein. Ich habe nicht mehr so viele. Schade. Ich hole mal. Tja. Stein haben wir auch noch. Hier kommt natürlich nichts rein. Hier wird zugemacht. Und hier hinten. Hier machen wir Steinecken. Da machen wir Steinecken. Und hier auch noch mal ein Fenster rein. Muss mal gucken. Eins, zwei. Eins, zwei. So. So. Perfekt. Und hier. auch wieder so eine große Frontscheibe vielleicht. Hallo. Okay. Ähm. Eins, zwei. Eins, zwei. Wir machen eins. Ja, okay. Ich hole Stein. Nein. So. Das ist. Das ist. Nicht so leicht hier. Vor allem mit dem Dach. Das mit dem Dach ist meistens mein Problem, ne? Beim Bauen. Egal in welchem Spiel. Sehr häufig ein Thema. Oder haben wir jetzt gleich kaputt. Okay. Okay. So. Wir machen. Wir ziehen erstmal hier oben lang. Ganz super. Dann hier. Nein. Nein. So. Okay. Wir brauchen viel mehr Steine. Das ist klar. Aber was machen wir jetzt? Jetzt bin ich gerade überlegen. Nehmen wir jetzt die grundlegenden Technik 1 für den Weg, damit wir die Straße fertig machen, hübsch machen können? Oder reicht uns das jetzt erst einmal? Und wir nehmen erstmal das Bett, damit wir mehr Punkte kriegen, ne? Ich glaube, wir sollten Schreinerei als erstes lernen. Was meint ihr? Ich glaube, Schreinerei macht am meisten Sinn. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Nur leider kann man die Fenster nicht aufmachen. Also man kann nicht interagieren mit den Dingern. Habe ich hier noch was? Nö. Habe ich hier noch was? Nö. Habe ich irgendwo noch irgendwas? Hier. Ziegel aus Stein. Ich lerne es noch bestimmt. Und dann brauchen wir hier. Ich glaube, hier mache ich einfach keine Fensterscheibe hin. Hier lassen wir das. So, hier brauchen wir wieder ein bisschen... Oh, what? Der gehört mir. Oh, ho, 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 ho. Ey, wie cool. Ich meine, ja. Die schmeißen mir quasi irgendwelche Leichen hier vor die Hütte. Die Wölfe, die sind echt krass. Aber jetzt habe ich hier so ein... Ich hätte einen Kandala irgendwo, ne? Wo ist denn der? Ah, hier. Naja, gut. Wie machen wir denn das hier? Das sieht irgendwie... Das sieht echt Mickey-Maus-Kacke aus hier oben. Äh, vielleicht können wir hier keine Klötzer hinbauen, sondern müssen da noch ein Dach hinmachen. Komm hier nicht hoch. Wir müssen hier eine Leiter hochbauen. Oder ich muss von außen irgendwie rauf. Hm. Jetzt holen wir erstmal noch ein bisschen Holz. Haben wir noch Holz? Weichholz, das da. Ja, wir müssen gleich alles holen. Und ich muss das Gerät hier einmal reparieren. Na, guck. Plus das hier. Na, dener Frog. Oh mein Gott, wir müssen Steine organisieren. Sehr viel. Okay, ähm, Holz. Und Holz müssen wir auch machen. Hier gehen wir jetzt nochmal rüber. Ja, dann können wir jetzt schon mal den Raum hier so ein bisschen fertig machen, glaube ich. So. Und so. Okay. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann brauchen wir erstmal kein Holz, außer, doch, wir brauchen Fenster. Hier brauchen wir keine, aber hier. Ich wollte jetzt hier. Und hier. Jeweils zwei. Und in der Mitte kommen nochmal Steine rein. Genau. Da waren es nur noch zwölf, okay. So. Hier kommt Fenster rein. Oh Gott. So. Und hier kommt Fenster rein. Okay. Achso, dann müssen wir hier noch einen rüberziehen. Ich habe aber nicht mehr genug Steine. Hervorragend. Also. Holz. Ich mache erstmal noch ein paar Massivholzdinger. Da sollten wir noch Stuff für haben. Aber Steine haben wir nicht mehr. Das ist auf jeden Fall so. Und hier oben. Wir brauchen sowieso Holzdächer. Deswegen passt das hier eigentlich ganz gut. Herstellen. Let's go. So. Ich esse. Nice. Das hat richtig viel gebracht. Oh mein Gott. Dieses Bett. Wait. Kann ich das einzelne Bett? Ähm. Nein. Habe ich jetzt irgendwas aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte? Warte mal. Die darf ich ja noch, ne? Aber. Hä? Warte mal. Warte mal. Tick Holz sparen? Kann ich das Bett hier nicht rausnehmen? Offensichtlich nicht, ne. Aber ich kann Holz sparen hier rausnehmen. Aus dem Storage. Okay, ich verstehe. So. Okay. Ich mach mal das hier rein. So. Aha. So. Das kommt da noch hin. Ja gut. Ich dachte, ich kann das Bett jetzt hier klauen. Aber kann ich nicht. Na gut. Ähm. Ich hatte hier noch ein bisschen Holz. Das nehm ich kurz mit. Aber Steine haben wir nicht mehr. Wenn ich das richtig sehe. Sehr gut. So, hier noch ein paar Steine. Und dann brauchen wir ein Dach. Aber jetzt ist die Frage. Die lasse ich jetzt erstmal hier so wie sie sind, ja? Da kümmern wir uns später drum. Hier müssen wir jetzt erstmal ein Dach draufschrauben. Hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber guck mal, wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Wir sollten vielleicht dort nochmal so ein paar andere Sachen ausprobieren. Später. Aber jetzt nehme ich erstmal die klassische Geschichte. Roof Peak Set. Das Ding. Ich glaube, das war das Richtige, ne? Hallo? So. Genau. Jetzt haben wir hier wieder die Lücke. Ich glaube, ich habe die falschen Dächer. Kann das sein? Ne, das ist schon das hier, ne? Ich glaube, ich muss wirklich nach oben. Ich würde auch sagen, wir werden erstmal hier diesen kleinen Vorraum noch fertig machen. Und dann gehe ich nach oben. Das andere fällt mir nicht ein, weil das hier ist irgendwie... ein bisschen merkwürdig. So, wie komme ich jetzt hier rauf? Kann ich hier irgendwie lang? Lang klettern? Geh mal bitte weg hier, Wolfi. Guck mal hier. So. So. Hier zum Beispiel müssen wir so ein richtiges Viereck reinsetzen. Und, aber obwohl, wenn wir jetzt hier drüber das andere Dach basteln, müsste das doch auch funktionieren, oder? So, Moment. So, hier ist doch alles cool. Hier überhaupt gar nicht. Ne, hör auf damit. So. Ich denke, wenn wir, wenn wir, wenn wir hier... Ich glaube, hier müssen wir irgendwie so eine Ecke bauen, oder sowas. Ich nehme mal... den raus. Hat er wieder ein zu viel reingenommen. Hier könnten wir ja so eine Ecke bauen. Mal gucken, was hier besser funktioniert. Das vielleicht. Oder... Roof Corner. Roof Corner. Aber eigentlich brauchen wir hier so ein Schrägdach, ne? Eigentlich brauchen wir hier das. So. So. Und hier brauchen wir auch das. So. Hier auch. Und hier muss wieder so eine Ecke hin. Weiß gerade nicht. Hier so, ne? So. Und dann müssen wir... Äh, weil das jetzt hier so ist. Haben wir aber hier wieder so eine Ecke? Das nicht so gut ist. Aber eigentlich kann ich doch hier wieder... Ne, wenn ich jetzt hier die Wand wieder rüber mache, sind es alles wieder in Biggie-Maus-Kacke. Okay. Im Prinzip mache ich mal das hier weg. Machen wir jetzt hier die Dinger. Hä? Hä? So. Wieso habe ich jetzt hier lauter so eine komischen Dinger? Oh mein Gott. Jetzt habe ich überall so eine Lücken. Boah, schrecklich. Hallo. Hallo. So. So. Ja gut, weil ich jetzt die ganzen falschen Teile habe. Ja gut, weil ich jetzt die ganzen falschen Teile habe. Ich muss hier alles noch mal neu machen. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie wir das hier hinkriegen. Obwohl das hier mit den dicken Wänden ja ganz gut funktioniert. Aber ich muss offensichtlich auch die oberste Wand einmal in dick machen, wahrscheinlich dann. Was anderes bleibt mir dann nicht übrig, oder? Zumindest wissen wir jetzt für das nächste Dach, dass das hier alles irgendwie so nicht funktioniert. So, hier können wir schon mal ansetzen. Da, 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 da. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich werde mal dieses Dach hier auswechseln, so gut ich kann. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Und ich bin hier und baue weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.